Mike. Ja. Bist du drin? Ja. Wir haben den Bohrer nochmal ein bisschen perfektioniert. Siehst du den Stream? Ja. Wir haben den Bohrer so weit perfektioniert, dass der hier selbst sich in Lava einbauen kann und baut sich quasi selbst hier einen Weg. Oh mein Gott, wie krass. Und der hat ein kleines Stück hier schon gegraben. Wir gucken nachher mal, was der gegraben hat und was dabei rausgekommen ist. Aber der baut jetzt quasi seine eigene Straße auch. Das ist halt krass. Mein Cam-Account sitzt jetzt gerade hier drin im Bohrer. Ich kann ihn hier reinsetzen. So. Und dann, ja. Gib ihm. Geil.